Hallo, Video-Plattformen gibt es ja schon eine Menge. Was unterscheidet jetzt diese Plattform und wie könnt ihr hier sinnvoll mitmachen? Außerdem gibt es ja jede Menge Preise zu gewinnen und einiges mehr. Das heißt, wir wollen, dass ihr eine Art Projektvideo aus eurer Gegend oder einfach Videos, die euch oder andere interessieren könnten, auf YouWiz stellt. Diese Videos sollten aber zu den Kategorien von YouWiz passen. Eine Liste von Beispielvideos könnt ihr neben dem Video downloaden. Sollten Kategorien fehlen, schreibt uns einfach eine E-Mail und wir legen die Kategorien neu an. Zu den Preisen. Als erstes gibt es eine Playstation 3 zu gewinnen. Das heißt, derjenige, der das meistgesehene Video uploadet, wird die Playstation 3 erhalten. Über den Sommer könnt ihr weitermachen und im September gibt es dann die nächste große Gewinnchance. Dort könnt ihr dann Notebooks, Computer und vieles mehr gewinnen. Die Bedingungen für die Teilnahme sind relativ einfach. Ihr könnt diese auch als PDF downloaden. Grundsätzlich gewinnt jenes Video, das am meisten betrachtet wurde. Zugriffe von angemeldeten Usern zählen das Dreifache. Das ist eigentlich schon alles. Es gibt Preise für einzelne Filmer, für Klassen und für ganze Schulen. Mehr aber in den Teilnahmebedingungen. Die Playstation vergeben wir bereits Anfang Juli. Also beeilt euch, denn je früher ihr das Video online stellt, desto mehr Klicks könnt ihr sammeln. Sollte euer Video mit einer von uns geschalteten Werbung gezeigt werden, dann könnt ihr dadurch ebenfalls noch einen kleinen Nebenverdienst bekommen, da wir ja den Großteil unserer Werbeeinnahmen an die Teilnehmer weitergeben. Also, wir hoffen natürlich auf eine rege Beteiligung. In diesem Sinne, get it on! Vielen Dank!